Er wurde am 5. November 1752 in Cartagena geboren. Er zeichnete sich durch die vielen Feldzüge aus, an denen er teilnahm, insbesondere an der Teilung von Javeg de Barcello und der Schlacht von San Vicente im Jahr 1797. Er segelte auch unter dem Befehl von Masaridou und meldete sich an die subtilen Kräfte, die Caddys 1803 vor den Engländern verteidigten. Er zeigte eine herausragende Leistung in der Schlacht von Trafalgar und rettete mehrere Schiffe davor, in englische Hände zu fallen. Er entwarf ein modernes und fortschrittliches Schiffbausystem für seine Zeit. Er weigerte sich, mit der französischen Regierung zusammenzuarbeiten. Er war Teil des nachfolgenden Regency Council of Spain, beerdigt am 26. November 1979.